Ja, damit sind wir jetzt auch schon bei unserem nächsten Thema angelangt, und zwar der Umsatzsteuer. Beginnen wir doch erst einmal mit der Frage, was unterliegt überhaupt der Umsatzsteuer? Ja, das ist gar nicht so schwer. Im Endeffekt unterliegt alles der Umsatzsteuer, was Leistung für eine Gegenleistung ist. Dabei ist vollkommen egal, wie die Gegenleistung aussieht. Die kann zum einen ganz klassisch in Geld bestehen, aber zum Beispiel auch in der Hingabe eines Gegenstands, also zum Beispiel bei einem Tausch. Immer wenn ich diese Voraussetzungen erfüllt habe, dann habe ich einen umsatzsteuerbaren Umsatz. Wenn wir jetzt auf unser Schubladendenken zurückkommen, was fällt dir da direkt ein? Naja, hatten wir nicht gesagt, dass es im ideellen Bereich an einer solchen Gegenleistung fehlt? Also gerade bei Spenden, Mitgliedsbeiträgen, aber auch gewissen Schenkungen? Ganz genau. Das heißt also, im ideellen Bereich unterliegen alle Einnahmen, weder der Ertragssteuer noch der Umsatzsteuer. Klingt das nicht prima? Allerdings, aber wie sieht es jetzt mit den anderen drei Sphären aus? Ich meine mich zu erinnern, dass da eben eine solche Gegenleistung durchaus vorliegt. Ja, da liegt die vor und sonst wäre es ja ehrlich gesagt auch ein bisschen zu einfach. Wenn wir die Vermögensverwaltung und den Zweckbetrieb betrachten, dann haben wir hier in der Regel 7% Umsatzsteuer auf die Erlöse, die der Verein erzielt. Das gilt aber nicht immer, denn ab und an gibt es auch eine sogenannte Umsatzsteuerfreiheit. Wann Umsätze umsatzsteuerfrei sind, ergibt sich aus dem Paragraf 4 des Umsatzsteuergesetzes. Und da gibt es eine ganze Liste an Aufzählungen. Beispielsweise sind Sportkurse von der Umsatzsteuer befreit, aber auch die langfristige Vermietung von Wohnungen. Okay, und wenn wir das jetzt mal auf den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb beziehen, da war es ja so, dass der Verein wie alle anderen Unternehmen tätig wird. Das heißt, auch umsatzsteuerlich wird er wie alle anderen Unternehmen behandelt. Das bedeutet, dass der Verein auch regelmäßig einer Besteuerung von 19% unterliegt, wie alle anderen Unternehmen auch. Natürlich gibt es hier auch wieder Ausnahmen, und zwar gerade zu Corona-Zeiten eben der Verkauf von Speisen. Der unterlag nämlich nur zu 7% der Umsatzsteuer. Das galt aber auch nur bis zum Ende 2023. Aber das galt für alle Restaurants und damit eben auch für alle Vereine, die diese Leistung erbracht haben. Ganz genau. Wenn wir die Umsatzsteuer betrachten, müssen wir aber auch immer noch einen Fokus auf die Vorsteuer legen. Das heißt, das ist die Umsatzsteuer, die der Verein an andere Unternehmen für seine Einkäufe zahlt. Wenn wir hier einen Verein haben, der umsatzsteuerfreie Ausgangsumsätze erbringt, dann bekommt er auch die gezahlte Vorsteuer nicht irgendwie zurück, sondern das ist einfach ein Kostenfaktor. Wenn der Verein aber seine Erlöse der Umsatzsteuer unterwerfen muss und Umsatzsteuer an das Finanzamt abführt, kann er auch seine gezahlte Umsatzsteuer als sogenannte Vorsteuer wieder gegenrechnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.